Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Rückwerfen! Mit welchen Kräften, mein Führer? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst! Dann entlösen wir die Westfront! Nein!